Herzlich willkommen bei Fliesen K. Nägeler in Ascheberg-Herbern im Städte-Dreieck Münster, Hamm und Dortmund. Tauchen Sie in unserer Fliesen-Ausstellung in die Welt der kreativen Raumgestaltung ein. Gerne beraten wir Sie persönlich zu unserer großen Auswahl. Ob Großformate, deutsche, italienische und spanische Fliesen, Natursteine, Feinsteinzeug oder Mosaike, bei uns finden Sie die passenden Wand- und Bodenfliesen für alle Räumlichkeiten. Gerne zeigen wir Ihnen unser umfassendes Fliesensortiment von führenden Herstellern, vom beliebten Klassiker bis hin zu aktuellen Trends. Auch Ihren Traum vom neuen Bad können Ihnen unsere Fliesenexperten erfüllen. Mit unseren Handwerkspartnern bieten wir Ihnen die komplette Badsanierung aus einer Hand und realisieren Ihre persönliche Wellness-Oase. Lassen Sie sich von unseren vielfältigen Fliesenideen inspirieren. Als erfahrener Meisterbetrieb übernehmen wir die fachgerechte Verlegung Ihrer Fliesen, Platten und Natursteine inklusive aller notwendigen Nebenleistungen wie Putz, Estrich, Maurer und Rückbauarbeiten. Unsere Fliesenprofis sind gerne auch für Sie im Einsatz. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. auf den nächsten Mal. Wir sehen uns auf Ihren Rather. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.